Sie haben auch schon eine ganz konkrete Berufsidee. Ja. Und welche ist das? Ich möchte gerne Tischlerin werden. Und warum das? Weil ich früher in der Werkstatt immer gearbeitet habe mit meinem Onkel und ich habe sehr viele Praktika gemacht im Bereich Tischler und es macht mir sehr viel Spaß. Maurice, mögen Sie kurz erzählen, was Ihnen vorschwebt für Ihre Zukunft? Also für meine Zukunft schwebt mir vor eine Ausbildung zum Elektrotechniker, vielleicht auch Maschinenmechatroniker. Und falls das nicht klappen sollte, auch als Schlosser.